Hi, ich bin Katja von Familie.de und wir sprechen heute mit Katrin von der Kinderwunsch-Plattform für Tilly. Hallo Katja. Der Kinderwunsch-Weg kann ja auch ein ganz schön herausfordernder und emotional belastender Weg sein. Und darüber sprechen wir heute mit Katrin. Katrin, was erwartet mich denn als Paar oder auch als Einzelperson emotional, wenn ich so eine Kinderwunsch-Behandlung vor mir habe? Also zunächst mal muss man ja sagen, sobald man feststellt, dass das irgendwie nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat mit der Familienplanung, sei es als Paar oder als Single-Frau, der dann vielleicht der Partner fehlt, ist das ja erst mal ein Schock. Aber das ist eben nichts, was so ganz plötzlich kommt, sondern man stellt halt im Laufe des Prozesses fest, also zum Beispiel als Paar, dass das eben nicht so einfach ist, schwanger zu werden, dass man noch einen Versuch braucht und noch einen Versuch. Jeden Monat guckt man halt, hat es geklappt oder nicht. Also das ist ja schon eine große Belastung. Und es schleichen sich dann halt so, schlägt sich so das Gefühl ein, so irgendwas stimmt da nicht. Ich muss jetzt irgendwie aktiv werden, ich muss mir irgendwie über Alternativen Gedanken machen und das ist ein großer Schritt. Dann geht es natürlich los mit der Recherche. Was kann ich tun? Bei Paaren steht vielleicht dann auch schon das Thema Tests mit an und auch so die Schuldfrage. Also dieses so, wer ist denn jetzt derjenige, an wem es liegt und wer muss sich jetzt sozusagen welcher Behandlung möglicherweise unterziehen? Also das sind halt so Prozesse, wenn es losgeht, wo man schon merkt, es wird eine emotionale Herausforderung. Und für Single-Frauen, wenn eben der Partner fehlt, sehr lange verhandeln die noch mit sich selber. So, was mache ich denn? Gehe ich nochmal irgendwie auf Dating-Plattformen? Versuche ich noch den richtigen zu finden? Parallel beschäftigen die sich schon mit Alternativen und irgendwann kommt der Moment, wo sie sagen, okay, ich muss jetzt wirklich loslegen und muss irgendwas anderes machen, sonst bleibt mein Kinderwunsch vielleicht für immer unerfüllt. Worüber sollte man sich denn klar sein, wenn man sich alleine oder mit Partnern in die Klinik begibt? Die große Herausforderung ist, dass das natürlich ganz, ganz viele Termine mit sich bringt. Also es ist nicht damit getan, in die Kinderwunschklinik zu gehen, sondern man muss sich verschiedenen Tests unterziehen. Man muss immer wieder hingehen, um den Hormonstatus oder das Wachstum der Eizellen oder was auch immer zu überprüfen. Das muss man alles in seinen ganz normalen Kalender mit einbringen. Und teilweise sind das auch super kurzfristige Termine. Das heißt, es wird schon mal eine organisatorische Herausforderung, das alles zu meistern. Dann kommt natürlich die mentale Belastung dazu. Nicht immer klappt es gleich beim ersten Mal. Das heißt, es sind dann mehrere Versuche notwendig. Und auch da nochmal, je nachdem, wer schuld ist von den Partnern, der fühlt sich dann vielleicht auch so ein bisschen in die Enge getrieben, weil der andere Partner das dann mittragen muss. Und vor allem ist es natürlich auch so, je länger dieser Kinderwunschweg geht, kann es halt sein, dass dann irgendwann auch Alternativen im Raum stehen, wie zum Beispiel eine Samenspende in Anspruch zu nehmen, wenn es jetzt halt vielleicht beim Mann ein Problem gibt oder vielleicht sogar eine Eizellspende. Das heißt, die Partner müssen sich auch wirklich ganz klar darüber sein, dass sie sehr ehrlich miteinander kommunizieren, wo persönlich denn eigentlich so die Vorstellungen liegen, was die Familie angeht und wo auch die Grenzen sind. Weil es kann sein, dass ein Partner sich damit auseinandersetzen muss, dass er nicht der biologische Elternteil dieses Kindes ist. Ja, also das heißt so, die Organisation, das Mentale, man muss sich wirklich darüber im Klaren sein, dass das nicht nur ein körperlicher Vorgang ist, das ist halt wirklich Körper, Geist und Seele, sind alle drei beteiligt. Aber in der Klinik ist es ein rein körperlicher Vorgang. Die Ärzte sind da jetzt auch nicht besonders soft mit einem. Ja, das ist halt wirklich, die besprechen mit einem die Hormone und wieso die Chancen stehen und so weiter. Aber wenn man halt merkt, dass man da an seine Grenzen stößt, muss man vielleicht auch einfach nochmal an einer anderen Stelle irgendwo sich Unterstützung holen. Und wie gesagt, bei Paaren ist es schwierig, weil man halt eben einfach gucken muss, wie weit gehen wir, wie weit gehen wir auch zusammen und was kann halt auch jeder von uns mittragen, weil das ist eine Lebensentscheidung, ob ich weitergehe und das Kind bekomme, egal auf welchem Weg oder halt nicht. Und bei Singles ist halt die große Frage, wie weit mache ich das alleine? Kann ich mit all den Sorgen, die ich dazu so habe, kann ich die für mich lösen und kann ich dann diesen Weg auch wirklich gehen? Zumal es halt eben auch eine finanzielle Belastung ist. Gerade bei Singles, die halt das auch alles selber tragen. Welche Tipps für die seelische Gesundheit während der vielen Behandlungen gibt es denn? Was kann man denn dann sagen? Es ist natürlich so, dass diese ganze Behandlung, wie gesagt, sehr viel Energie zieht. Das heißt, so der erste Schritt wäre zu schauen, wie kann ich dann mein Energiedepot wieder auffüllen? Und gerade wenn ich jetzt auch als Paar in der Kinderwunschbehandlung bin, dann gilt es sowohl für mich als Einzelperson als auch als Paar zusammen. Damit dann eben auch einfach nicht der Fokus immer auf diesem einen Thema liegt, weil das eben mental auch wirklich super anstrengend ist. Dass man vielleicht wirklich eine Auszeit als Paar findet, wo man halt auch wirklich die Absprache trifft. Okay, und jetzt geht es einfach mal nicht um das Thema Kinderwunsch, einen Kurzurlaub oder einfach nur ein schönes Essen. Dass man halt einfach irgendwie versucht, da so einen kleinen Ausgleich zu schaffen. Dass man auch guckt, dass man so Punkte wie zum Beispiel den Job, der ja auch oft noch sehr intensiv ist mit allem, was man da so leistet und jeden Tag an Verantwortlichkeiten hat, dass man versucht, den vielleicht ein bisschen zurückzufahren. Weil das Thema Kinderwunsch ist nun einfach super wichtig und dass man da einfach versucht, irgendwie dann andere Themen so ein bisschen auszusparen. Gibt es vielleicht irgendwelche Dinge, die man wirklich meiden sollte, die man derzeit möglichst wegschieben sollte? Also alles, was belastet, finde ich. Alles, was halt irgendwie, wie gesagt, also wenn der Job sehr stressig ist, zu gucken, da irgendwie Auszeiten zu schaffen, vielleicht sogar, also je nachdem, wie das Verhältnis auch zum Arbeitgeber ist, vielleicht sogar sagen, du, ich gehe gerade durch eine schwierige private Phase, ich kann vielleicht auch jetzt gerade nicht in meiner vollen Kraft und Stärke hier irgendwie agieren. Also Austausch ist super wichtig, aber ich würde jetzt auch nicht jedem von diesem Weg erzählen, weil dann ist es nämlich so, dass ständig alle fragen, und wie war es, wart ihr jetzt schon in der Klinik und hat es denn jetzt schon geklappt? Oder was auch immer, das ist ja auch super belastend. Also sowas würde ich auch auf jeden Fall versuchen zu minimieren, wenn es irgendwie geht. Und wie gesagt, alles, was halt irgendwie belastend sein kann, das würde ich versuchen auf ein Minimum zu reduzieren. Wie sieht es denn aus mit der psychischen Hilfe in den Praxen selber? Also gibt es begleitend zu der rein medizinischen Seite irgendwelche psychischen Hilfe, die einem angeboten wird? Das kommt so ein bisschen auf die Kliniken an. Also einige haben erkannt, dass es eben nicht nur ist, so hier was reparieren, sondern dass es halt eben so ein ganzheitliches Ding ist und man da auch wirklich Fachpersonal einfach empfiehlt, das da unterstützen kann. Das können halt, es gibt Heilpraktiker für Psychotherapie, die auf Kinderwunsch spezialisiert sind. Es gibt Coaches, die darauf spezialisiert sind. Das Einfachste ist einfach, dass man so für sich schaut, okay, was würde mir jetzt gut tun? Das kann auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden, muss ja nicht nur auf der psychischen, auf der, sag ich jetzt mal, Coach-Heilpraktiker-Ebene sein, sondern es kann ja zum Beispiel auch Schwangerschafts-Yoga sein oder Schwangerschaftsmassagen. Also alles, was einfach gut tut, dass man sich in seinem Körper und auf dem Weg irgendwie wohlfühlt und Energie bekommt. Hättest du noch eine positive Botschaft für alle Frauen und Paare, die das jetzt vor sich haben? Sie sind auf diesem Weg nicht alleine. Es betrifft wirklich super viele Paare und es gibt auch sehr viele Frauen, die sich alleine auf diesem Weg machen. Das hilft auch manchmal schon. Ja, da kann man sich zum Beispiel auch super gut in Communities auch austauschen und da einfach auch so ein bisschen Motivation draus schöpfen. Und gerade wenn man jetzt so als Paar auf dem Weg ist, einfach auch noch mal drüber nachdenken, warum haben wir uns denn ineinander verliebt? Was sind denn so die Sachen, die wir auch damals zusammen wollten? Das war ja wahrscheinlich nicht nur der Kinderwunsch, sondern das waren ja wahrscheinlich auch noch andere Themen. Und da einfach auf dieser Basis noch mal zu schauen, was können wir für eine Vision für unser Leben entwickeln, die nicht unbedingt an diesen Kinderwunsch gekoppelt ist. Klar, das wäre super traurig, aber einfach sich auch wirklich noch mal damit zu beschäftigen, wie kann es weitergehen? Was können wir noch zusammen machen? Was sind so Themen, die uns verbinden, die uns schon immer verbunden haben und die wir vielleicht dann einfach auch noch weiterentwickeln können? Und das kann man auch schon auf dem Kinderwunschweg machen, um auch einfach diesen Fokus so ein bisschen wegzunehmen, dass man sich wirklich permanent nur um dieses Thema unterhält, sondern dass man so ein bisschen so einen Ausblick darauf hat, was das Leben noch alles zu bieten hat. Weitere Infos findet ihr bei familie.de in der Rubrik Kinderwunsch und ihr könnt euch natürlich auch bei Fertilli umschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.